Leute, ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Ich bin gerade oder wollte gerade eine Runde auf einem Web in Fortnite und es ist passiert. Der goldene Würfel hat sich bewegt und er fliegt. Und nicht nur, dass er fliegt, sondern die Frage ist, was passiert? Verbindet er sich mit dem anderen Kevin? Kämpfen sie miteinander? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr das. Einfach mal das Plus an der Seite wegmachen und einfach mal unten reinschreiben, was das sein könnte. Kämpfen sie oder verbünden sie sich? Was passiert mit den anderen Kevins? Wollt ihr mehr davon erfahren, dann aufs Herz und das Plus wegmachen. Und noch als Info, der goldene Kevin macht wohl keinen Schaden? Der lila ne Kevin, wenn man durchfliegt, macht definitiv Schaden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.